Ich habe mit diesen Konzepten mehrere Mal mit Matthias und Kalle gesprochen. Sie wissen meine Meinung, warum ich Thiago will. Aber diese einzige Spiele habe ich gefragt. Natürlich mit Mario. Wir haben das erste Treffen mit Matthias und Kalle. Das erste Mal, dass sie mir gesagt haben, wir haben die Chance, die Gelegenheit. Mario Rutz ist ein super, super Spieler. Für mich ist kein Problem. Aber die einzige Spiele habe ich Ihnen gesagt. Ich glaube, wir brauchen Thiago. Aber was wir brauchen, ist nicht möglich. Wir kommen hier. Keine andere Spieler, die in der nächsten Saison nach München kommen. Oder Thiago. Oder nichts. Wider Thiago oder nichts. Das ist eine grammatische Sentenz. Wider oder. Sehr gut. Für mich ist er ein Talent. Ein junger Spieler. Er kann drei, vier, fünf Positionen spielen. Welche? Er ist sehr gut im Kopf. Sehr gut im Kopf. Sehr gut im 1 gegen 1. Im Mittelfeld oder im Stürmer. Ich weiß das. Ich weiß ihn. Ich weiß ihn. Das ist gut. Wir haben sehr viele Spiele. Ich habe eine gute Mannschaft. Wir haben sechs Kompetenzen zu spielen. Ich brauche die ganze Mannschaft. Natürlich haben wir eine große, große Mannschaft. Ich brauche diese spezielle Kondition von Thiago. Der 1 gegen 1 ist im Mittelfeld. Deshalb habe ich mit Kalle und Matthias gesprochen. Nachher gebe ich ihnen meine Meinung, meine Opinion. Nachher haben sie eine Entscheidung. Thiago kam. Ich glaube, das ist gut für uns. Nicht nur für mich. Und wenn es nicht kam, okay. Kein Problem. Ich würde in Barcelona bleiben. Keine Spieler möchten raus von Barcelona oder Bayern oder Madrid. Das passiert nur, wenn diese Spieler riechen, dass vielleicht in der nächsten Saison nicht zu viel spielen werden wird. Und nun mit einem großen, großen, super Spieler mit Neymar. Er fühlt sich, dass ich spielen will. Und auf diesem Raum habe ich mit Kalle und Matthias Sporsen diese Chance, diese Gelegenheit, die Thiago nehmen. Das ist der Raum. Er will spielen. Andere Spieler bleiben in einem großen Verein bleiben. Er will spielen. Auf diesem Raum habe ich diese Spieler für unsere Wurzeln.